Hallo zusammen, mein Name ist Stefan. Ich bin Geophysiker und überwache das elektromagnetische Hintergrundspektrum der Schumann-Resonanzen. Ich spreche darüber, wie diese geophysikalischen Schichten und Energien auf unserem Planeten mit unserer Gesundheit, unserem Wohlbefinden und unserem Bewusstsein interagieren. Jetzt habe ich einige aktuelle Neuigkeiten euch allen, denn das, was wir Mitte Juni in den Schumann-Resonanzen gesehen haben, die das Internet im Sturm eroberten, passiert wieder, aber dieses Mal von einem anderen Observatorium in Ungarn aus, also weiß ich nicht genau, was passieren wird tauchen Sie in diesem Video ein. Wir werden auch darüber sprechen, wie das alles mit Dingen wie dem CIA-Projekt Gateway und dem DAPA-Projekt Pandora zusammenhängt. In diesem Video gibt es also viel zu entschlüsseln. Wir sehen auch Störungen bei den Datenfeeds Italien am Ätna und wir sehen derzeit einen Datenausfall von demselben Observatorium, das diese Daten hier im Juni aufgezeichnet hat. In diesem Video gibt es also viel zu besprechen und warum ich all die verschiedenen Möglichkeiten ansprechen und sie einfach auf dem Laufenden halten möchte. Datum und geben Ihnen die größtmögliche Information, und nutzen Sie dies als Gelegenheit, über einige dieser CT-Operationen zu sprechen, die in den letzten Jahrzehnten durchgeführt wurden, und den Einsatz elektromagnetischer Felder zur Beeinflussung unserer Gesundheit, unseres Wohlbefindens und unseres Bewusstseins. Dies sind also die aktuellen Daten, wenn Sie gerade hungrig sind, tauchen wir gleich ein. Wenn Sie nicht wissen, was die Schumann-Resonanzen sind, Sie haben eine durchschnittliche Frequenz von etwa 7,8 Hertz und wie Sie sehen können, schwingen Sie rund um den Planeten mit, Sie schwingen innerhalb der Erde mit, Sie schwingen in der Atmosphäre bis hin zur Ionosphäre und sogar im Weltraum gibt es diese Lichtfrequenzen, die wir in diesen Frequenzen entwickelt haben von Licht und sie interagieren biologisch mit uns, unser Herz verbindet sich mit Ihnen, unsere Gehirnwellen haben die gleiche Frequenz und Stärke und sie können in Phase mit den Schumann-Resonanzen sein und sie interagieren mit Ladungsträgern wie Elektronen, um die Funktion von Proteinen und Ionenkanälen zu beeinflussen, sogar DNA, also sind dies eine der tiefen energetischen Schichten, die mit uns verbunden sind. Wir haben uns entwickelt, um mit diesen Energien zu arbeiten, und die Manipulation dieser Schumann-Resonanzen ist nicht so schwierig, weil sie nur bei PicoTesla, Stärken im Magnetfeld und Mikrowoltstärken im Magnetfeld existieren, elektrisches Feld, also was wir hier gesehen haben, laut dem Observatorium von TomsRussland, dem Weltraumbeobachtungssystem, war, dass sie sagten, es gäbe ein Problem mit der Umspannstation. Das erinnert jetzt sehr an Perm für die Signalisierung, darüber werden wir reden, aber jetzt sehen wir ähnliche Daten erscheinen aus Ungarn in der Ost-West-Magnet-Komponente. Lassen Sie uns zunächst auf das erste Anzeichen zurückkommen, dass es einige Probleme gab. Einige seltsame Dinge passierten außerhalb Italiens am Aetna-Radio-Observatorium. Dies ist von VfL. Gruppe, Sie können sehen, dass dies für den 3. Oktober ist und wir sehen nur ein absolut verrücktes elektromagnetisches Hintergrundspektrum von 0 bis 105 Hertz. Normalerweise würden die Schumann-Resonanzen hier schön als horizontale Bänder erscheinen, bei ihren unterschiedlichen Frequenzen von etwa 8 Hertz, 14 Hertz, 20 Hertz, 25 Hertz und so weiter, aber wir sehen das wirklich nicht. Stattdessen sehen wir fast so etwas wie diese Datenübertragung und seit wir dieses letzte Datenbild vom Aetna empfangen haben, ist es völlig dunkel geworden, also ist es jetzt mehr als 5 Tage her, wo wir sind. Ich habe keine neuen elektromagnetischen Hintergrunddaten vom Aetna-Radio-Observatorium erhalten. Ich möchte hier auf etwas hinweisen, das für unser Gespräch in Bezug auf diese elektromagnetischen Hintergrundfelder relevant ist, was möglicherweise passiert und wie sie manipuliert werden können. Ich möchte, dass Sie nachsehen hier bei der Dezibelbewertung für diese Energiefelder, je niedriger die Dezibelbewertung, desto schwächer ist das Feld. Hier können Sie diesen großen Anstieg zu einem höheren Verzögerungswert direkt bei 50 Hertz sehen. Jetzt läuft das Stromnetz in Europa mit 50 Hertz und was das ist dies zeigt, dass das Stromnetz, das wir weltweit betreiben, Feldstärken hat, die stärker sind als die natürlichen elektromagnetischen Hintergrundfelder wie die Schumann-Resonanzen und dass dies mit unseren Zellen interagiert, unsere Gehirnwellen, unsere Herzrhythmen, es Dinge durch Aktionen wie Ionen-Zyklautron-Resonanz beeinflusst, es interagiert mit unserer DNA das hier ist an und für sich schon besorgniserregend, denn man kann sehen, wie viel stärker diese Energie im 50 Hertzbahn ist, was keine natürliche Resonanzfrequenz des Planeten ist, obwohl wir biologisch dazu entwickelt sind, mit diesen natürlichen Frequenzen zu interagieren und mit ihnen in Resonanz zu treten Energien, insbesondere im Bereich von 7,8 und 1420 Hertz, sehen wir auf der ganzen Welt eine sehr starke Veränderung im elektromagnetischen Hintergrundfeld und das an einem normalen Tag. Äh, was wir hier sehen, ist höchst bizarr, wir sehen auch eine Es gibt einen großen Anstieg der Harmonischen von 50 Hertz bei 100 Hertz, so dass Sie sehen können, wie sich diese Energie über das Spektrum ausbreitet. Sie liegt nicht nur bei 50 Hertz, sondern auch bei 100, 150, 200 und so weiter und so weiter. Sie sehen dort die Harmonischen bei 70, 30 und 90 Es gibt so große, große Veränderungen im elektromagnetischen Hintergrundspektrum auf dem ganzen Planeten, nur jeden einzelnen Tag und das seltsame ist, dass dieser Datenfeed außer Kontrolle geraten ist. Wir sehen all diese Übertragungen dieser Art von Signalen hier und dann hat es jetzt aufgehört, wenn wir gehen mit dem Weltraumbeobachtungssystem und unseren aktuellen Daten können Sie die Schumann-Resonanzen hier sehr schön sehen. So sieht das elektromagnetische Hintergrundfeld normalerweise aus. Hier können Sie Modus 1, Modus 2, Modus 3, Modus 4 sehen. Das sind die verschiedenen stehenden Wellen höherer Leistung existieren weltweit rund um die Erde. Sie erhalten Energie durch Blitzeinschläge der Sonne, verschiedene Einflüsse des Weltraumwetters und diese interagieren biologisch mit uns. Wir werden noch etwas ausführlicher darüber sprechen, aber was ich Ihnen hier zeige, ist, dass dies nicht der Fall war, ist jetzt seit über anderthalb Tagen aktualisiert und wir wissen nicht, warum es sich um einen Datenausfall handelt. Normalerweise führen Sie nur Wartungsarbeiten an Ihrem System durch, aber es ist seltsam, dass wir diesen Datenausfall derzeit sehen zur gleichen Zeit, in der wir dieses sehr ungewöhnliche Signal aus Ungarn sehen, ist das also im Juni passiert. Wir haben dieses extreme Muster von Lichtenergie aus dem Weltraumbeobachtungssystem gesehen, Das Internet ist wild geworden. Ich habe ein paar Videos darüber und darüber gemacht, es schien, dass die logischste Erklärung darin bestand, dass wir eine Art Perm für Signal gesehen haben. So sieht ein Perm für Signal aus und Sie können die Ähnlichkeit zwischen den beiden erkennen und Sie können auch die Ähnlichkeit zwischen diesen und diesen Daten hier sehen. Perm4-Signalisierung ist eine Möglichkeit, Informationen auf sehr effiziente Weise in eine elektrische Wellenform zu kodieren. Und es gibt viele verschiedene Verwendungsmöglichkeiten dafür. Ich bin kein Experte für PEM-Signalisierung, aber Sie können hier sehen, dass es sich um eine Art Informationscodierung handelt Technik. Das ist jetzt relevant, weil es freigegebene Informationen zu Dingen wie dem CIA-Projekt Gateway gibt und wir auch Gerüchte und Hinweise und kleine Anspielungen auf das DARPA-Projekt Pandora haben, über das zumindest im normalen M, nicht im Dark Web oder Deep Web, nur schwer Informationen zu finden sind, aber Sie kennen das oberflächliche Web, also was? Hier wichtig ist, und wir werden uns mit dem Projekt Gateway befassen, aber was das CIA-Projekt Gateway war, was das CIA-Projekt MK-Ultra war, das DART-Projekt Pandora, das alles erforschte das Bewusstsein. Unsere Gehirnwellen und unsere Fähigkeit dazu, sie interagieren mit natürlichen elektrischen Feldern, und als es dann um das Projekt Pandora geht, haben sie speziell untersucht, wie sie diese elektromagnetischen Felder manipulieren können, um das Bewusstsein zu beeinflussen, um Gesundheit und Wohlbefinden und so weiter zu beeinflussen. MK-Ultra von CIA war eine Möglichkeit zur Beeinflussung und potenziellen Kontrolle in den 70er Jahren gab es ein Projekt zur Gedankenkontrolle. Es ist also wichtig zu erkennen, dass der größte elektromagnetische Sender der Welt in aller Öffentlichkeit verborgen ist. Wenn also jemand diese Technologien nutzen möchte, die er vor mehr als 50 Jahren entwickelt und experimentiert hat, sie wollten elektromagnetische Informationen ausstrahlen, um das menschliche Verhalten und Bewusstsein zu beeinflussen. Sie wollten das Frequenzband ansprechen, das biologisch am meisten mit uns interagiert, nämlich die Schumann-Resonanzen, weil sie mit unserem Herzrhythmus und mit unseren Gehirnwellen interagieren bewusst seien, und sie bräuchten dafür einen sehr großen Sender, sodass es sich nicht um eine verdeckte Operation handeln müsste. Sie könnten diese Informationen einfach in die elektromagnetischen Felder kodieren, die vom Stromnetz erzeugt werden, und die theoretisch Gedanken und Verhaltensweisen durch unbewusste Programmierung und damit subtil beeinflussen könnten. Mit der Zeit würde dies die kollektive menschliche Psychologie und das Verhalten kontrollieren, also behaupte ich nicht, dass dies der Fall ist, aber wir haben die Technologie oder zumindest die Macht, die Technologie zu haben, und das sind keine versteckten Informationen, die wurden vor langer Zeit freigegeben und es gibt eine Menge wissenschaftlicher Forschung darüber, wie die Schumann-Resonanzen mit unserer Biologie, unserem Herzrhythmus und unserem Bewusstsein interagieren. Das Geophysikalische Institute hat beispielsweise eine Menge Forschung zum Herzen durchgeführt und nur einige grundlegende Fakten sind, dass das Magnetfeld des Herzens dies kann Störungen der Schumann-Resonanzen, wie zum Beispiel während eines geomagnetischen Sturms, können aus mehreren Metern Entfernung vom Körper gemessen werden. Ein starker Einfluss einer Sonneneruption auf das Erdmagnetfeld kann den normalen Herzrhythmus stören, der während ihres täglichen zirkadianen Rhythmus gemessen wird. Rhythmus, das Herz ist das erste, was in der Entwicklung des Fötus zu schlagen beginnt. Daher ist es der erste Teil des Fötus, der beginnt, sich mit diesen elektromagnetischen Feldern in der Umgebung zu verbinden, noch bevor negative Emotionen im Gehirn-Chaos im Nervensystem hervorrufen können. Man kann dieses gestörte Signal der variablen Herzfrequenz sehen, während hier positive Emotionen diese kohärente Sinuswelle der Herzfrequenzvariabilität erzeugen, die ein sehr wichtiger Indikator für Gesundheit, Wohlbefinden und Langlebigkeit ist, ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Dass Sie bei einer guten Herzfrequenzvariabilität Herzprobleme wie Herzrhythmusstörungen oder sogar einen Herzinfarkt haben, kann die Fähigkeit des Gehirns erhöhen, gute Entscheidungen zu treffen, während negative Emotionen natürlich in die andere Richtung wirken. Positive Emotionen erzeugen im gesamten Körper positive psychologische Vorteile für Ihr autonomes Nervensystem und können Ihr Immunsystem stärken. Daher diese Idee, das menschliche Bewusstsein durch SLY mit beliebigen Informationen zu programmieren, das, was Sie wollen, könnte dann diesen Weg hier zwischen dem Herzen, dem Gehirn, dem Nervensystem und Ihrem Bewusstsein beeinflussen. Nun spielen auch viele andere Faktoren eine Rolle. Wir haben die Schumann-Resonanzen. Das sind Lichtwellen, also sind es in der Tat Licht-Effon, die auf sehr niedrigen Niveaus schwingen Frequenzen von 7,8 Hertz und 14 Hertz und 20 Hertz und ein Wirkungsmechanismus, der erklärt, wie diese uns so stark und tiefgreifend beeinflussen, ist, dass Photonen direkt mit der DNA interagieren, indem sie die Bewegung von Ladungsträgern wie freien Elektronen innerhalb der Basenpaare der DNA stimulieren, lösen sie Teile des Genoms aus, die mit Stress in Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel die Aktivierung von Hitzeschock-Proteinen und dann können diese elektromagnetischen Felder durch unser Wassermedium übertragen werden. Denken Sie daran, dass wir zu 99% aus Wassermolekülen bestehen. Sie sind sehr klein, dringen zwischen Proteinen und Enzymen ein und ihre DNA ist vollständig hydratisiert, vollständig mit Wasser und diese Informationen dann mit DNA können durch diese Wassermatrix wandern und die Funktion von Proteinen und Enzymen und Ionenkanälen beeinflussen und mehr. Wir haben auch Dinge wie die Ionenzyron-Resonanz, bei der elektromagnetische Felder wie die Schumann-Resonanzen oder wie das Stromnetz pulsieren. Das gesamte Magnetfeld der Erde kann mit dem Erdmagnetfeld interagieren und die Bewegung verschiedener Ionen, Calcium-Ionen, Natrium-Ionen, Magnesium-Ionen, auslösen, denn wenn diese Felder bei bestimmten Frequenzen miteinander verbunden werden, können sie auf reibungslose und widerstandsfähige Weise Energie in diese Ionen übertragen und zu deren Bewegung anregen, also Ionenzyklotron-Resonanz bei verschiedenen Frequenzen kann, sagen wir, ein Magnesium-Ion aus einer Wasserstruktur herausstoßen oder einen Ionenkanal öffnen, und dann kann dies ihre tatsächlichen Neurotransmitter in ihrem Gehirn oder ihre Nervenspitzen oder die Funktion ihres Nervensystems beeinflussen. Also vielleicht löst ihr sympathisches, stressiges Kampfflucht-Nervensystem aus, eh, es könnte auch ihren Parasympathikus auslösen, es hängt von den verwendeten Frequenzen ab und es hängt vom Erdmagnetfeld ab. Das Erdmagnetfeld ändert sich ständig subtil, aber das sind die Schumann-Frequenzen, die ich hier hervorgehoben habe, außer ihnen ich werde auch einige dieser höheren Frequenzen bemerken, 47,3 Hertz bei der Erdmagnetfeldstärke von 0,4 G, das sind 40.000 Nanotesla, das ist genau in der Nähe des 50-Hertz-Bandes für Europa, dort haben wir 65, also ist das hier natürlich eine Skala, also diese künstlichen elektromagnetischen Felder bei 50 und 60 Hertz und es gibt natürlich auch andere, die wir geschaffen haben. Sie interagieren mit uns, genau wie die Schumann-Resonanz auf einer sehr tiefen Ebene. Eine Möglichkeit, wie die in elektromagnetischen Feldern kodierten Informationen interagieren und ihr Bewusstsein beeinflussen können, sind Magnetosomen, sind kleine Minimagnete, die sich überall in unserem Gehirn befinden. Sie sind in der äußeren Durammatte und der PEM-Hülle unseres Gehirns enthalten, aber sie befinden sich auch innerhalb des Gehirns und haben sehr hohe Orientierungsenergien, sie verbinden sich mit elektromagnetischen Feldern, selbst mit sehr schwachen elektromagnetischen Feldern, und sie kann die Funktion von Neuronen stimulieren und es gab auch genetische Bearbeitungsexperimente, die sich mit der Herstellung künstlicher Magnetosomen befassten. Sehen wir uns also einige Clips aus einem Video an, das ich in der Vergangenheit gemacht habe, um mehr über Magnetosomen und die genetischen Bearbeitungsexperimente zu erfahren, an denen sie durchgeführt wurden, dass menschliche Gehirn eine neuere Entdeckung ist, dass sich im Inneren des menschlichen Gehirns hunderte Millionen Sinnesorgane befinden, die als Magnetosomen bezeichnet werden. Magnetosomen sind zelluläre Strukturen, die Magnetid Fe304-Kristalle enthalten. Diese kleinen, 10 bis 600 Nanometer breiten ferromagnetischen Kristalle werden im Gehirn erzeugt und bilden Ketten von 15 bis 15 Nanometern. 20 lange Magnetosomen sind biologische Stabmagnete, die sich wie winzige Kompassnadeln verhalten und sich an Magnetfeldern ausrichten, deren magnetische Orientierungsenergien im Erdmagnetfeld 20 bis 150 Mal höher sind als die thermische Hintergrundenergie, die mit der Membran von Gehirnzellen verbunden wird, wenn elektromagnetische Felder die Magnetid Ketten in Schwingung versetzen Im Inneren der Magnetosomen vibriert die Gehirnzelle ebenfalls mit der gleichen Frequenz wie das elektromagnetische Feld. Wenn diese Vibrationen stark genug sind, regen sie die Gehirnzellen an, eine Stressbeutschaft an den Hypothalamus zu senden. Das Gehirn passt sich durch die Freisetzung von Hormonen an, um Apothose auszulösen, das Gewebe zu heilen und das Gleichgewicht wiederherzustellen. PAMAT weist zusammen mit DURAM die größte Konzentration an Magnetosomen im Körper auf, mit einer Dichte von 100 Millionen Magnetidkristallen pro Gramm Gewebe. Die dichten Blutgefäße des PAMAT folgenden falten und erstrecken sich tief in die Oberfläche des Gehirns außerhalb der Gehirnwirbelsäule des PAMAT Flüssigkeitsströme, die Cholin und Elektrolyte enthalten, die das Gehirn schützen und Abfälle in das Lymphsystem unterhalb der Gehirnrückenmarksflüssigkeit abtransportieren. Und PAMAT ist das Gehirn selbst, dessen Zellen auch Magnetosomen in einer geringeren Dichte von 5 Milliarden Magnetidkristallen pro Gramm Gewebe enthalten. Bei einem durchschnittlichen erwachsenen menschlichen Gehirn mit einem Gewicht von 1,3 Kilogramm werden 6,5 Milliarden Magnetidkristallen oder mehr für die Wahrnehmung verwendet und die Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern ist relativ stabil. Das Erdmagnetfeld der Erde erzeugt zusätzlich zum planetarischen Magnetfeld. Kein großes Magnetosomendrehmoment auf Gehirnzellen alle basieren auf vom Menschen erzeugtem Wechsel und Gleichstrom und erzeugen Magnetfelder unterschiedlicher Stärke. Wenn künstliche elektromagnetische Felder an einem bestimmten Ort stärker sind als das Erdmagnetfeld, richten sich Magnetosomenketten abhängig von den relativen Ampituden des resultierenden Gesamtfelds aus Magnetfeldern könnte dies zu einer vollständigen Magnetosomenausrichtung mit einem künstlichen Magnetfeld führen. Das menschliche Gehirn sendet elektromagnetische Gehirnwellen aus, die beim Abrufen von Erinnerungen und beim Lernen elektromagnetische Gehirnwellen verursachen. 4 bis 8 Hertz Theta Gehirnwellen nehmen an Ampitude zu und Personen mit starken Theta Gehirnwellen haben ein besseres Gedächtnis und überlappen sich auf natürliche Weise mit menschlichen Gehirnwellen. Es handelt sich um elektromagnetische Schumann-Resonanzwellen mit Primärfrequenzen von 7,8, 14, 20, 26 und 32. Hertz. Schumann-Resonanzwellen sind extrem niederfrequente EM-Wellen, die durch energiereiche Ereignisse wie Blitze, Erdbeben, ionosphärische Strahlung und Sonnenstrahlung erzeugt werden. Ereignisse wie koronale Massenauswürfe bei 7,8 Hertz sind eine hochfrequente Theta-Gehirnwelle in Schumann-Resonanz. Elektromagnetische Wellen, Energie und Informationen werden jetzt gespeichert und weltweit verteilt, da viele elektromagnetische Wellen kontinuierlich ausgestrahlt werden. EMF sind für viele zu chronischem Stress geworden. Wenn sie sich stärker ausbreiten als das Erdmagnetfeld und in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte stören vom Menschen verursachte elektromagnetische Felder die normalen Arbeitsbedingungen von Magmosumen und verändern dadurch Bewusstseinsstörungen. Beeinträchtigte menschliche Gehirnwellenmuster manifestieren sich symptomatisch als Depression, Angst, Schlaflosigkeit, Demenz und andere psychische Erkrankungen. Alles, was Magnetfelder verändert, verändert fundamentale Bewusstseinswissenschaftler wie man Gehirnzellenerinnerungen und andere Aspekte des Bewusstseins manipuliert, haben Neurowissenschaftler aus Harvard schon seit vielen Jahrzehnten eine Technik entwickelt, die die neuronale Aktivität mit einer einzigen Injektion manipulieren kann. Im Jahr 2016 wurde Magneto entwickelt, ein gentechnisch verändertes Protein, das mit der paramagnetischen Region von Fertinfusioniert ist. Das Eisentransportierende Protein Magneto wird mit einem einfach injizierten Virus an die Nervenzellen des Gehirns abgegeben. Kurze DNA-Sequenzen signalisieren den Zellen, die Magnetoproteine zu den gezielten Nervenzellmembranen zu transportieren und dort einzufügen. Das genetisch veränderte Magnetoprotein enthält winzige Magnete, die sich in die Nerven einfügen. Zellen, die einem Magnetfeld ausreichender Stärke ausgesetzt sind, bringen Magnetoproteine in Schwingung, so dass die Zellen Nervenimpulse erzeugen und die Freisetzung von Neurotransmittern verändern. Magnetoproteine, die in Gehirnzellmembranen eingesetzt werden, sind nicht so stark wie Magnetosomen, können aber dennoch mit einem Magnetfeld in Resonanz treten. Ausreichend starkes Fertin, das Eisentransportprotein, an dem Magneto festhält, kommt in viel höheren Konzentrationen im Gehirngewebe von Menschen mit neurologischen Problemen wie Alzheimer vor. Hier sind die Daten, die wir aus Ungarn haben, und ich habe dort so viel wie möglich zusammengestellt. Schauen Sie es sich gleich im Webbrowser an, aber Sie werden die Nord-Süd-Komponente des Magnetfelds sehen. Hier ist die Ost-West-Komponente. Da ist die vertikale Komponente. Sie können sehen, dass die Schumann-Resonanzen natürlich sichtbar sind, aber wir sehen es die Ost-West-Komponente weist hier etwa um 7 Uhr UTC-Zeit am 7. Oktober eine starke Divergenz auf, so dass wir nun seit etwa einem Tag und 24 Stunden einige höchstanomale, seltsame Daten von diesem ungarischen Observatorium sehen. Dies ist der aktuellste Datenausschnitt, und Sie können sofort sehen, wie ähnlich er den Daten ist, die wir im Juni von Thompsons Russland gesehen haben. Deshalb ist das eine aktuelle Neuigkeit für Sie. Ich halte sie auf dem Laufenden. Ich weiß, was das ist. Das könnte ein Problem mit dieser Spule sein. Diese spezielle Ost-West-Magnet-Induktionsspule könnte ein Problem haben, aber wenn es so wäre, würde sie meiner Meinung nach einfach offline gehen. Stattdessen sehen wir die gleichen Signale vom Typ Perm 4, die gleichen Strukturen, die wir vorher gesehen haben, und wir sehen dort eine sehr starke Welle mit etwa 30 Hertz. Sie können sehen, dass es genau dort 30 Hertz sind, und es ist super angestiegen, eben, also lasst uns ganz schnell zu unseren Echtzeitdaten gehen. Bevor ich gehe, erfahren Sie mehr über das CIA-Projekt Gateway. Hier ist ein Weltraumbeobachtungssystem. Sie können sehen, dass dies die neuesten Daten sind. Sie sind immer noch nicht auf dem neuesten Stand. Sie stellen uns also nicht die neuesten Daten zur Verfügung, und wir wissen nicht, warum, wenn wir jetzt gehen zu VfL. Wir sehen hier, dass sie eine Reihe verschiedener Observatorien haben, und wir können tatsächlich von Cumana, Italien, aussehen, dass das elektromagnetische Hintergrundfeld normal war. Wenn wir uns das vertikale elektrische Feld ansehen, das sich auch von Ungarn aus als normal zeigt, sehen wir, dass es normal ist. In letzter Zeit war es sehr schön und ruhig, starke Mode 2, die wir auch außerhalb Ungarns sehen, im und in letzter Zeit gab es keine Blitzaktivität. In Europa ist es jetzt ziemlich ruhig, aber wir sehen auch immer noch einige seltsame Signale im Magnetfeld. In Cumana können wir zum Observatorium in der SOS Andatmine gehen, einer der ruhigsten und unberührtesten elektromagnetischen Umgebungen. Und selbst hier können wir die Spitze bei einer elektromagnetischen Feldstärke von 50 Hertz um über den Schumann-Resonanzen sehen, wo Sie hier den Schumann-Resonanz-UH-Modus sehen, eins genau dort, Modus 2, Modus 3, man sieht dort kleine Spitzen, aber selbst dann ist diese harmonische bei 100, diese Hauptwelle bei 50 Hertz immer noch um einige stärker als das elektromagnetische Hintergrundfeld, und das alles könnte für schändliche Zwecke verwendet werden, wenn alle Faktoren berücksichtigt würden, wenn Sie zur Virgo-Überwachungsstation, ebenfalls außerhalb Italiens, gehen und sich das Magnetfeld ansehen, sehen wir einige seltsame Signale, auch Ost-West-Empfang auf der Unterseite. Wir sehen diese Linien auch quer verlaufen. Dort ist die Schumann-Resonanz sehr schwach, aber einige sehr merkwürdige an normale Daten oder zumindest Energie und Informationen werden auf irgendeine Weise in den Hintergrund des elektromagnetischen Spektrums gerückt. Ob es sich dabei nur um normales Stromnetzrauschen handelt oder ob es sich um eine neue Aktivität handelt, lässt sich hier nur schwer sagen unser Äthna-Observatorium und Sie können hier sehen, dass es in den letzten paar Tagen nicht aktiviert oder aktualisiert wurde, eben, und Sie können einfach sehen, wie absolut verrückt es damals am 2. Oktober war, also passieren ja sehr, sehr seltsame Dinge, wenn wir zu unserem Äthna-Observatorium gehen, ungarisches geophysikalisches Observatorium, um ich werde in der Videobeschreibung Links zu all dem einfügen. Hier können Sie die neuesten Daten sehen, über die ich gesprochen habe. Das ist unser sehr seltsames Signal, dass wir aus Mitteleuropa herauskommen, wenn wir zurückgehen bis zum Tag davor. Dies ist der siebte, können Sie sehen, dass dies die Daten sind und wie es dort anfängt. Dies sind die neuesten Daten. Lassen Sie uns also mehr über das Projekt MK-Ultra, das Projekt Gateway, sprechen, denn das ist meiner Meinung nach wirklich sehr interessant, weil es sehr interessant ist, darüber nachzudenken. Sie betreiben diese Art von Forschung schon seit vielen Jahrzehnten. Also lasst uns auf das freigegebene Dokument eingehen. Ich werde den Link dazu auch in die Videobeschreibung einfügen, die Analyse und Bewertung des Gateway-Prozesses und das wirklich Faszinierende daran ist, dass es bestätigt viele Dinge, über die ich auf meinem Kanal schon lange gesprochen habe, nämlich wie diese natürlichen Energiefelder mit dem menschlichen Bewusstsein interagieren und unsere Biologie und unsere bewusste Erfahrung beeinflussen. Sie wollten die Natur und Funktionsweise des menschlichen Bewusstseins und des menschlichen Bewusstseins beschreiben. Ziel des Projekts Gateway war es, das menschliche Bewusstsein über die Raumzeit, Dimension hinaus zu erweitern und in der Lage zu sein, Raum und Zeit zu transzendieren, um in die Vergangenheit und in die Zukunft zu reisen, in dem verschiedene Techniken wie Hypnose, Biofeedback und transzendentale Meditation eingesetzt wurden. Das ist sehr, sehr interessant eh, das wurde in vielerlei Hinsicht von Isaac Bento gesteuert und geleitet, der geschrieben hat, wie er dem wilden Pendel folgt, auf das er dort eingeht, und das Interessante an Isaac Benthoff ist, dass er kurz nachdem er dieses Buch geschrieben und diese Recherche abgeschlossen hatte, in einem Flugzeugstababsturz, also denken Sie darüber nach, was Sie sagen werden, aber im Allgemeinen ist dies ein gutes Dokument, das Sie durchgehen sollten, wenn Sie den Zusammenhang zwischen dem menschlichen Bewusstsein und den Hintergrundenergien des elektromagnetischen Feldes der Erde verstehen möchten und wie Dinge wie Resonanz interagieren und diesen gesamten Prozess leiten, ihm aber wir werden uns nur ein paar Dinge genauer ansehen. Der gesamte Körper funktioniert auf der Grundlage seiner eigenen Mikrobewegung als ein abgestimmtes Schwingungssystem, das Energie in einem Bereich zwischen 6,8 und 7,5 Hertz in den Ionosphärenholraum der Erde überträgt, der selbst bei diesem Schumann mitschwingt Resonanzfrequenz, das ist also eine sehr lange Wellenlänge und das Signal der Bewegung unseres Körpers bewegt sich in 17stel einer Sekunde um die Welt, das ist die Lichtgeschwindigkeit und eben, diese lange Wellenlänge hat keine Hindernisse, so dass sie alle Dinge ihrer Stärke durchdringen kann über große Entfernungen kaum gedämpft, so dass dies ein Mechanismus ist, der uns alle durch Resonanz miteinander verbinden kann und wenn jemand das kollektive menschliche Verhalten ändern möchte, könnte er diese Dynamik auch nutzen, da eine Schumann-Welle von 7,58 Hertz eine sehr lange Wellenlänge hat dies gilt auch für eine elektromagnetische Welle mit 50 Hertz oder 60 Hertz, die ebenfalls eine sehr lange Wellenlänge mit einer sehr geringen Dämpfung hat. Darüber hinaus erzeugt der menschliche Körper durch die Resonanz mit der elektromagnetischen Sphäre der Erde eine überraschend starke Trägerwelle, die den Geist bei der Kommunikationsaktivität mit anderen menschlichen Geistern unterstützt ähnlich abgestimmt, so dass dies der Rahmen für das kollektive Bewusstsein ist, der uns alle auf natürliche Weise miteinander verbindet und dann könnten sie mit diesen Informationen beginnen, ein künstliches kollektives Bewusstsein aufzubauen, um Menschen vielleicht unbewusst und sehr subtil zu manipulieren. Es geht mehr darum, wie grundsätzlich alles Energie ist und daher dies ist die Grundlage des Verständnisses dafür, wie wir alle mithilfe elektromagnetischer Energie wieder miteinander interagieren können und wie dadurch eine Bewusstseinsmatrix, ein Hologramm, entsteht. Und nicht nur Isaac Benthoff hat darüber gesprochen, auch Carl Pram und David Bone haben über Hologramme, den Menschen, gesprochen, Geist und die Fähigkeit für uns, uns auf diese Resonanzwellen einzustimmen und Energie mit diesen Medien auszutauschen, indem wir auf sehr tiefen Ebenen, die wir immer noch herausfinden, gezielt Einfluss auf uns nehmen, so dass unsere gesamte Realität durch ständige Vergleiche und wann immer wir sie wahrnehmen, konstruiert wird etwas, bei dem wir Unterschiede immer nur wahrnehmen. Dies wäre also eine Möglichkeit für Menschen, das menschliche Bewusstsein vielleicht durch etwas wie eine Kombination ausgeht wie Projekt Pandora und MK-Ultra auf subtile Weise zu beeinflussen und diese unterschiedlichen Unterschiede weiter auszubauen und die Spaltungen, die zwischen Menschen bestehen, auf subtile Weise zu spüren Kodierung elektromagnetischer Energie zum Beispiel durch den größten elektromagnetischen Sender der Welt, das Stromnetz, aber um ihnen etwas Hoffnung und eine Möglichkeit zu geben, dem entgegenzuwirken, möchte ich Ihnen nur kurz meinen Rat geben, was ich getan habe und was mir aufgefallen ist, das hat mir gerade in den letzten paar Wochen geholfen. Ich habe einen großen Unterschied in meinem Denkprozess, in meinem Verhalten, in meiner Gesamtenergie und meinem Bewusstsein bemerkt und das liegt daran, dass die 5-minütige Liebesmeditation jeden Tag sehr kraftverlässig Wichtig, diese ihr unbewussten Programme aufzulösen, die uns zurückhalten und trennen, da die Liebesenergie innerlich gestärkt wird, eine stärkere Einbindung in die Resonanz der Schöpfung entsteht, reines Potenzial und Quellenergie sowie alle anderen Programme, die das Gehirn programmiert hat mit natürlicher Auflösung, damit sie diese Energie auf natürliche Weise loswerden und auflösen können, indem sie jeden Tag 5 Minuten lang Ich bin die Liebe Meditation machen, bei der sie diese Worte sagen und wirklich durch ihr Herz die Liebesenergie innerlich und äußerlich spüren. Dies durchbricht einen Bewusstseinskreislauf, der nur wahrnimmt Unterschiede, die nur Vergleiche anstellen, es gibt nur eine Energie, eine Liebe, eine Kraft, durch die wir vereint sind, eh, und alle Menschen, alles Leben, alle Materie, alle Energie, die die Wahrheit ist. Das Erreichen von fortgeschrittenen Energiezuständen und transzendentalen Formen des Bewusstseins ist bei jedem Einzelnen unterschiedlich, also bei jedem Einzelnen die Fähigkeit, einige dieser fortgeschrittenen Zustände zu erreichen, ist sehr unterschiedlich und hängt von dem Training ab, das sie gemacht haben, sowie von einigen genetischen Faktoren und ihrer Umgebung. Beispielsweise ist es in einer natürlicheren Umgebung ohne diese elektromagnetischen künstlichen Wellen einfacher und hängt von der Empfindlichkeit ihrer Nerven ab, wenn ihr Geist also mit Unordnung gefüllt ist, wird das nicht helfen, aber wenn sie diese Ich bin Liebe Meditation jeden Tag wiederholen, werden diese Programme aufgelöst und der Geist gereinigt. Die Belastung des Nervensystems wird entlastet, so dass sie diese Fortgeschrittenen erreichen können. Energiezustände werden einfacher und deshalb ist Liebesmeditation so kraftvoll, dass sie den Geist von Unordnung befreit, das Nervensystem für das universelle Energiefeld sensibilisiert, das wir Liebe nennen und vielleicht am wichtigsten ist, dass sie während dieses Prozesses durch die Abstimmung mit den natürlichen Energien erreichen. Die Engelsweisheit Erkenne dich selbst hilft dir, in Liebe zu schwingen und deine wahre innere Essenz zu entdecken und zu spüren. Das ist der Rat, den ich dir heute geben möchte. Du kannst Ich bin Liebe Meditation überall praktizieren, öffne einfach dein Herz und spüre, wie sich die Energie mit dem universellen verbindet, Quellen Energiebewusstsein mit allen und allem, das ihnen helfen wird, alle Programme aufzulösen, die sich in ihrem Gehirn befinden, aus welchem Grund auch immer, aus welcher Quelle auch immer. Wir wissen nicht, ob diese geschehen, ob sie tatsächlich stattfinden. Es gibt viele Menschen, die glauben, dass sie es sind. Ich habe sicherlich damit experimentiert, speziell wie das DAPA-Projekt Pandora. Die Russen haben dies in den 80er Jahren mit der US-Botschaft gemacht. Diese Signale wurden über Eugene Oregon entdeckt. Ich werde auch einen Link zu diesem von der CIA freigegebenen Dokument einfügen, aber sie können diese Programme auflösen. Das kann in ihrem Unterbewusstsein geschehen, indem sie etwas wie Ich-Liebe-Meditation tun und ich werde sie darüber auf dem Laufenden halten. Was mit diesem Signal passiert, da dies eine fortlaufende Geschichte ist, also werde ich diese geophysikalischen Energien im Auge behalten, aber etwas scheint ein Fuß zu sein. Wir haben Daten. Ich habe seltsame Daten aus Italien. Abgeschaltet, bevor es völlig aufgehört hat und irgendetwas stimmt nicht. Ich hoffe also, dass Sie dieses Video nützlich fanden. Wenn ja, klicken Sie bitte auf den Daumen nach oben, um diesem Kanal zu helfen, zu wachsen. Abonnieren Sie, um weitere Inhalte wie diesen zu sehen. Ich spreche über die Verbindung von Energie und unser Bewusstsein auf diesem Kanal, wie Dinge wie Weltraumwetter und physische GE, Stürme und Schumann-Resonanzen ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden beeinflussen und wie sie ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden und ihr Bewusstsein in solchen Momenten verbessern können. Und ich beschäftige mich auch mit einigen dieser Dinge wie Harfe. Ich habe ein Video dazu. Ich werde einen Link zum Harfen-Video einfügen. Wir sehen uns alle im nächsten Video. Vielen Dank und einen schönen Tag. Ciao. Ich habe einen Link zum Harfen-Video. Ich sehe Sie alle in der nächsten Video. Vielen Dank und einen schönen Tag. Ciao.